Gibt es nicht. Setzen wir halt den Superdruck ein. Ich will eigentlich nur, dass du mal angreifen kannst. Absorber, bitte schön. Nimm jetzt gerade deine KP wieder. Das lassen wir jetzt sein, du blödes Vieh. Stop it! Na komm schon, das schaffst du doch, Mugi. Nicht schon wieder. Gut. Und tschüss. Was, immer noch in Staunen? Doch, ich dachte schon. Hey, Pest ist auch aufgestiegen. Nice. Und Mugi ist auch aufgestiegen. Ja, was für ein Kampf. Okay, wir wechseln da vorne trotzdem mal die Pokémon aus. Ich nehme erstmal einen Mugi nach da vorne. Damit der auch eine Möglichkeit hat, gelevelt zu werden. Es gibt überall Kämpfe. Aber ich glaube jetzt erstmal, dass der Äther... Äther. Wenn wir das sehen, was das bringt. So, next one. Ich war früher genau so aufgetreten wie du. Das ist aber schön für dich. Ich weiß nämlich nicht. Tadadam tam 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 tam. Hahahaha. Ähm. Pluppersenden ist ja nicht so viel Schaden sogar. Ne, genau. Gut. Auf Mugi! Die beste Möglichkeit, sich selbst zu heilen mit so einer Attacke. Dann verzichte ich jetzt erstmal auf Giftpuder und heile ihn einfach so durch. I love it. Das soll ein Volltreffer gewesen sein bei dieser billigen Attacke. Glaube ich aber auch nicht. Und wie ich sehen kann, haben wir wieder einen schönen an EP dazugekommen. Äh, EP. Nein. KP. Ich sag aber eigentlich lieber HP, weil ich es immer so gewohnt bin. Half-Points. Manche halt Kraft-Points. So, Mugi. Steihstuf. Mugi war allein Stachelspore. Sehr schön. Neuer Attacke. Nein, wir wechseln noch nicht. Machen wir mal Stachelspore. Mal gucken, was das bringt. Aha, er ist paralysiert. Er kann trotzdem nur angreifen. Giftpuder bringt ja wahrscheinlich jetzt auch nichts. Ja, weil eigentlich da durch Schwäche geht nur immer. Dann machen wir jetzt Absorber noch. Die Attacke ist sehr effektiv. Stop it, man. Komm, mach's nochmal. Stop it. So, ein oder zweimal treffen und dann müssten... Ja, noch einmal. Dann haben wir das wie besiegt. Warum? Der ist paralysiert. Warum kann er die ganze Zeit trotzdem nur angreifen, ey, mit Blooper? Das ist doch so ein Mist. Hier, Attacke ist sehr effektiv. Ey. Nochmal ein Seper. Jetzt wollen wir aber wechseln. Zum Nugge. In Nugge hat der Kerl. Das gibt's gar nicht. In Nugge hat er. In Nugge. Ich wollte zu Karuka. Warum ist jetzt... Ich hab persönlich Kira-Di-Grade gewählt. So ein Scheiß. Egal, mach mal. Das hat ein Kira-Blatt. Das war eigentlich so gar nicht vorgesehen. Ach, deswegen hab ich nicht... And now I see what's going on hier. Kines. Egal. Dann ist Kira jetzt mal dran. Dann heilen wir Karuka und dann holen wir ihn. Fesnix-Manker. Weil ich einfach so einen Schnellwahl gedrückt habe. Hab ich die beiden eben verwechseln. Nein, egal. Macht mir nix. Matroche ist down. Ich krieg mal wenigstens wieder schön Geld dazu. Gibt's hier überall Kämpfe oder was? So. Dann brauche ich halt noch einen Trank. Geht doch. Let's fight! Kollege, auch Seeler, du besitzt ein Pokémon. Da wäre ich nie drauf gekommen. Danke für deine... ...tolle Aufklärweise hier. Ah, okay. Egalen Mugi. Dann machen wir mal Giftpuder. Ey, der kann auch Gift. You, sir, I've got to be kidding me. Ah, Giftpuder hat keine Wirkung gezeigt. Stop it. Mach mal Absorber gegen dich. Was, der gibt auch nicht effektiv. Der gibt doch gar nicht. Das ist doch ein Wasservieh, oder nicht? So sieht es zumindest aus. Egal. Dude, was war denn das? Dann setzen wir jetzt halt einen Wasservieh ein. Auf geht's, Karuka. Nein. Geh mir doch ein scheiß Gift schacheln. Und Donnerstag bitte. Sag ich doch. Ist doch ein Falltreffer. Nix super, Charles. Ich hasse das. Lass den Quatsch. Kunde. So. Geh doch. Stern, du. Nein, nein, nein. Nicht wechseln. Wir bleiben mal dabei. Machen gleich. Komm. Hier, talk ich sehr effektiv. Oh, das ist paralysiert. Trotzdem können die immer noch angreifen, ey. Ich hab so ein Glück. Stopp. What? What? Wirklich. War gut, Sascha. Dann komm mal her. Zeig mal, was du kannst. Siehst du, das meine ich. Die können dann trotzdem nur angreifen. Das ist so ein Mist. Ich mach Lupsch. Auch wenn's nicht effektiv ist. Das zieht bei Sascha trotzdem. Dieses paralysieren hat überhaupt nichts gebracht. Die können trotzdem angreifen. Ey, ich hasse das immer. Ach, auf einmal kann er nicht angreifen, ja? You gotta be kidding me. Okay. Happy besiegt Matrose. Das war eine reife Leistung. Halt, das wollte ich mitnehmen. Ah, in der nächste TM. Was mach ich? Mal sehen, was sie bringt. TM44, ne? Aktiviert. Sie enthält Erholung. Aha. Damit erholen die sich also. Ah, überlegen wir uns noch. Machen wir einander mal. Was finden wir denn hier? Die wollen bestimmt auch kämpfen, oder? Das war klar. Warte doch mal, lass uns blottern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Das ist aber eigentlich ein Fehler, sowas dann zu verraten, ne? Angela möchte kämpfen und setzt Tentag ein. Die mit ihren diesen komischen... Okay, holen wir mal. Wieder unseren Sascha raus hier. Eure? Äh, Machisch-Deckel, ganz normal. Erstmal. Das sieht ja auch gut. Nein, hier wird nicht gewickelt. Nein! Ich hasse diese Attacke, ey. Vollzgefähr, von wegen. Zieht gerade mal zwei ab. Und tschüss. Geht doch. Hey, Mugiwarya hat dein nächstes Level erreicht. Auch nicht schlecht. Anger, der Stern, du ein. Möchtest du wechseln? Ja. Dann los, Karuka. Scheiße, der ist so geschwächt. Das ist keine gute Idee. Gewesen. Äh, äh, äh. Ich bin nur noch ein Super-Trank. Die sind so teuer gewesen. Egal, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und damit geht er down, oder? Ah, hat sich überlebt. Auch mein Volltreffer, ey. So ein Scheiß. Okay, Steve. Du willst momentan mein Trash-Discuit. Wollen wir mal sehen, ob du was hier reißen kannst. Stopp, 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 stopp. What the fuck? Stopp. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Haha. Na gut, Sascha, mach's jetzt zu Ende. Ja, wieso haben die alle eine höhere Initiative als ich? Ich bin auch höher gelevelt, ihr Schweine. Okay, ey, Sascha steckt auch auf. Coole Kuh. Nein, wir wechseln jetzt mal nicht. Warum hab ich Aquakranar gemacht? Ich bin auch bekloppt. Ich bin aber trotzdem gezogen. Tackle. Dann mach ich jetzt auch Tackle. Da. Das zieht weniger, ey. Was ist das denn für ein Witz? Okay, wir machen mal auf Lupschka. Mal gucken, ob das was bringt, auch wenn's Wasser gegen was sagen. Unnötig ist aber. Die erziehen mehr, was soll denn das? Oh, der bewisigt Angler. Mist, der ist mir entwischt. Ich bringe noch diesen Raum fertig und dann werde ich wahrscheinlich offscreen normale Tränke kaufen, das Fahrrad abholen und auch mal meine Pokémon heilen. Okay. Der Verleger wird gekillholt. Los geht's. Aha, interessant. Er hat noch einen Vieh. Müssen also schnell gehen. Mach hallo, mach hallo, mach hallo. Aber Mugi ist viel zu sehr geschwächt und ich kann Absorber nicht mehr einsetzen. Dann wechseln wir mal zu Pestwar. Er hat kein Wasser fies, geht es ja. Fußkick. What? Stopp, stopp, stopp. What? 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 Na gut, Sascha. Jetzt aber. Mann, kaputt. Dammit. Karadeschlag. Überleben, überleben. Wow. Bauen voll Dörfer. Naja, dafür habe ich dich trotzdem down gemacht. Halbbesieg Matrose. Ah, von einem Kind besiegt. Du bist ein Kind. Okay, wir sehen uns dann also nach diesem Cut wieder. Bis dann, Leute.